Hallo liebe Box-Podcast-Freunde, ich bin im Argon-Sportpark und neben mir steht Wladimir Shishkin, der am Samstag gegen Williams School um den IBF-Titel boxt. Was widerspricht du von deinem Kampf gegen Williams School? Ich widerspricht... Ein Wunsch, vielleicht? Ich weiß nicht. Ein guter Kampf. Willst du auf die Distanz gehen? Der Kampf geht auf die Distanz? Ich glaube nicht. Du denkst nicht? Oh, okay. Also wird es eine kurze Kampf sein? Wir gehen auf die Basis und figurenst. Ich schaue an die Abenteuerung an. Ich beginne mit der Basis. Ich bin auf die Basis und bin auf die Fokus. Meine Fähigkeiten werden mit ihm sprechen. Du denkst, dass du eine bessere Technik hast? Oh, für sicher. Ist das dein schweres Kampf gegen Williams School? Vielleicht? Weil es ist der Championship, IBF. Und es ist in Falken, Deutschland? Falkens in Brandenburg, vielleicht? Es tut mir leid. Vielleicht ist es so nah. Ich hatte eine schwierige Kampf. Es ist nicht die erste Mal. Was war dein schweres Kampf? In Vegas. Ich weiß nicht. 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 Und wenn du angefangen hast? 11 Jahre alt? 11 Jahre alt? 11 Jahre alt in Russland? Ja. Woher? Saratov. Wer ist dein Trainer heute? Was ist das Name? Sugarhill und Michael. Sugarhill ist auch dein Trainer in den USA. Ja, er kommt. Er kommt? Ja. Wenn er kommt? Tomorrow? Oder Saturday? Third day, ich denke. Ich arbeite mit Tyson Fury. Ja. Ich bin zurück und zurück. Warum hast du ihn als Trainer als Trainer? Du gehst da und sagst Sugarhill, du willst du trainieren? Der Promotor hilft mir mit ihm. Und er ist gut. Ja, ich weiß. Er ist sehr gut. Und was ist deine Prediktion für Tyson Fury gegen Oleksandr Usyk in December? Wer will win? Und warum? Ich weiß nicht. Es ist ein Kampf. Ich weiß. Ich denke, Fury. Ah, Fury? Es könnte sein. Oder K.O.? Es ist noch schwierig. Ich denke, er wird Revanchen und er wird einen Knack-Out. Wir sehen. Aber Usyk ist gut. Er ist auch sehr gut. Ja, ja, ja. Und hast du gesehen, Dimitri Bivol gegen Betelbev? Noch nicht. Ich fliege. Ja, ich vermisse ihn. Ich habe ihn gesehen. Aber du möchtest den Boxen? Ich weiß, dass diese beiden. Und ja, er hat beide gewonnen. Der Win. Ja, ja, ja. Es war ein sehr guter Kampf. Wer ist dein Favorit? Crawford. Oh, Terence Crawford. Pound für Pound. Ja, er ist sehr gut. Okay. Danke für deine Zeit. Und was ist dein Name auf Instagram? Ist dein Name auf Instagram? Wladimir Shishking. Okay, dein Normal Name. Okay. Thank you for the interview. Thank you. Okay. Bye. The one and only Box Podcast. New Episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Vox Podcasts. 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 Vielen Dank.